hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol es gibt wieder was neues im item shop ihr habt es sicherlich schon im titel gelesen und zwar gibt es wieder neue bundles im shop aber bevor wir uns die anschauen denkt dran liken kommentieren abonnieren um keine infos mehr zu verpassen für mehr gameplay und spiel action einfach mal auf meinem twitch account vorbeischauen link unten in der video beschreibung hier gibt es aktuell mehr infos und weniger gameplay gameplay möchte ich gerne auf twitch etwas intensivieren und hier etwas weniger machen also einfach mal vorbeischauen follow da lassen und ich bin da fast jeden abend ab 20 uhr live mit gameplay mit valorant rocket league raft grounded und so weiter und so fort und was weiß ich nicht noch alles und jetzt schauen wir uns das elite paket an das elite paket für season 9 für 8 euro 50 beinhaltet einen fennig gebrannte sienna nicht so prall die farbe aber ist ein fennig genau wer noch kein auto hat wer jetzt gerade anfängt mit rocket league ist absolut in ordnung dann haben wir hier die ultralex auch in gebranntes sienna dann haben wir ätherisch in schwarz der ups der boost ja der ist gut der gefällt mir richtig gut er ist nicht so aufdringlich er ist ein bisschen ja ja entspannt würde ich sagen bald bewegt sich so komme ich heute nicht komme ich morgen dann haben wir hier die spur flammen in gebranntes sienna auch wieder so eine sache schwierig aber hier kommt das highlight eine schwarzmarkt explosion zersplittert in waldgrün richtig gute explosion gefällt mir persönlich wirklich gut und alles für 8 euro 50 wenn man bedenkt der fennig kostet schon um die fünf euro dann bezahlt der drei euro für die anderen vier teile ein euro pro item und da ist auch noch eine tor explosion dabei also gar nicht so schlecht natürlich gibt es auch das anfänger paket für die season 9 für 1 euro und 70 cent da gibt es ein auto den animus gp dann haben wir noch einen aufkleber dabei der ist auch nicht so hässlich die reifen gefallen mir sogar besser wie aus dem elite paket raketenspur sturzflut richtig gut dann haben wir funken die gefallen mir auch besser als aus dem elite paket und nen banner er sieht auch gar nicht hässlich aus kann man nicht meckern für 1 euro 70 ich bitte euch sechs items inklusive auto ich meine das auto ist jetzt nicht der hammer aber ist in ordnung und ganz wichtig freunde kostenloses item spielertitel rost boss mitnehmen holt euch ich bin auch angekommen endlich in der season 9 ich habe meinen ersten titel ich bin level 35 ich glaube ich habe in dieser season in den paar tagen jetzt schon mehr gespielt wie in der kompletten letzten season und deswegen denkt dran auf meinem twitch account vorbeischauen viel gameplay und ganz wichtig natürlich viel spaß ich werde auf diesem kanal jetzt mehr infos machen weniger gameplay deswegen ganz wichtig twitch folgen und mit dem ausblick auf das elite pack auto möchte ich mich dann auch bei euch verabschieden wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten video ciao